So Leute und damit wieder hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Oria in the Blind Forest. Im letzten Part mussten wir leider zuschauen, wie Gumo alle seine Leidensgenossen gesehen, zum ersten Mal glaube ich, wie er gesehen hat. Hier die ganzen Toten. Einfach nicht schön. Ich frage mich, ob Gumo von ihrem Schicksal weiß. Ich hoffe, er kann uns vergeben, dass wir noch leben, während sie von uns gegangen sind. Naja, was sollen wir tun? Wait. Äh, äh, what? Ähm. So. Ähm. Also ich kann auf den Stein drauf, wenn die sich... Jetzt nicht. Aber jetzt gleich, wenn der hier drüben ist, komme ich hier hoch. Jetzt kann ich hier hoch. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Nö, war es nicht. Okay. Ich muss aber auf die rechte Seite. Okay. 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 Oh, duck dich. Okay, das ist scheiße knapp. Okay, das habe ich nämlich beim letzten Mal nicht gemacht. Das heißt, jetzt hier kurz speichern. Also hier darf ich... Doch, hier darf ich speichern, ne? Nein, darf ich nicht. Doch, darf ich wohl. Äh. Okay, jetzt muss ich wieder erst auf den... Unteren. Da komme ich drauf, wenn die sich zurückkreuzen. Also... Jetzt! Nein! Mein Doppelsprung ist schon... Ich sterbe nicht durch euch. Der Doppelsprung hat irgendwie zu früh gezündet. Ich gehe mal hier völlig risky. Boah, war der knapp. Und tschüss, 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 tschüss. Auf den Scheiß habe ich... Oh, was? Wie viele Kack-Todeslaser kommen hier denn noch? Ja! Was? Also ich darf, wo es hier so ganz an der... Oh Gott. Geh weg! Geh einfach weg! Äh! Komme ich nur... ...dran! Ah, jetzt! Ja! Och, Menno! Ja, das einfache war hier reinkommen. Wie komme ich denn wieder raus? Oh, hey! Ja! Hier ist die eine Lebenszelle! Yay! Das war die eine Lebenszelle, die mir gefehlt hat. Aber wo ist denn die eine Energiezelle, die mir fehlt? Alter, wenn die jetzt auch hier drin ist und ich sehe die nur nicht, ne? Flipp ich aber am Dreieck. Aber hier ist nichts Geheimes. Also, ich sehe auf jeden Fall nichts. Ja! 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 So, speichern! Jetzt! Warum springt der denn nicht? Der verkackt nochmal hoch! Ja, ja! Ja genau! Klar! Ja! hoch. Muss ich vielleicht auch. Wow, okay, das war knapp. Kann mir jetzt einer sagen, wie ich von Jaws wieder zurückkomme? Wie soll das gehen? Ähm, ja, nein. Wie komme ich jetzt von Jaws wieder zurück? Ey, da liegt ein Meat Boy. Guck mal hier vorne im Vordergrund. Alter, da liegt Meat Boy. Wie cool. Da muss ich auf die Seite. Achso, ich muss hier hoch. Und dann irgendwie wieder. Dries Miet. Tschüss, Pikowski. Ja. So, jetzt deck mich. Boah, ich bin ganz schön risky heute hier. So, und hier gucke ich mich jetzt ganz kurz um. Au. Ja, das war der Plan. Ich hoffe, das wisst ihr. Aber hier ist sonst nichts, ne? Ich kann ja nur hoch. Ich will hier aber eigentlich noch gar nicht hoch, weil ich weiß, was dann passiert. Und ich habe jetzt... Oh, ich habe 100 Prozent. Tschüss, Leute. Ich habe 100 Prozent. Ihr seht mich nie wieder. See ya, ihr Trottel. Gumo, hey. Was ist los, Gumo? Diese Ruinen sind alles, was von den Gumon übrig ist. Sie erinnern uns an ihr Schicksal. Gumo hat jene verloren, die er liebte. Daher ist er der Letzte seiner Art, ebenso wie du. Uri, wir müssen das Licht zurückbringen. Für Nibel und die Erinnerung an die Gumon, müssen wir das Element des Windes wiederherstellen. Also, tun wir das. Red. So, und wie im Element des Wassers passiert das, was jetzt nicht passieren sollte. Jetzt rastet hier nämlich alles völlig aus. Bewegt von ihren Worten, beschloss er zu handeln. Gumon, was tust du da? Aber Gumon. Er zerstört sein eigenes Reich. Und Tschüssi. Da kann ich hier nicht die Karte aufrufen. Es gibt einen Trick, wie man in der Luft stehen bleiben kann. Und zwar ist das einfach ganz schnell RT drücken. Komm, schieß mal. Dann, dann, hallo, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und hier musste ich jetzt nach ganz links, ne? Ja, genau. Okay. Jetzt runter, hinterher. Und dann nach hier, so. Und dann hier hoch. Und dann aufpassen, nicht treffen lassen. Ja, hier vielleicht auch nicht unbedingt. So, hier warten, genau. Und dann auch wieder nicht treffen lassen. Aber hier nach ganz links. Es kommt irgendwie wieder runter. Und dann geht's weiter. Und dann geht's hoch. Ich gucke ganz kurz was. Ich gucke erst auf der anderen Seite, was? Lol, hier geht's bis in die Wolkendecke. Aber hier ist sonst nichts außer das, ne? Okay. Und jetzt erfahren wir, was das da ist. Sieht aus wie ein Ei. Ein Ei? Oh, Kuro und... Oh, Kuro hat Babys. Nom, 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 nom. So lecker. Nom, nom. So leckerer, leckerer. Oh. Und wie man sieht, hat sie jetzt orange in den Augen. Hat sie sich hier sonst weiße? Ich glaube schon. Oh nein, der arme Wurm. Aber das ist die Natur, Leute. Fressen oder gefressen werden. Oh, sind die süß. Was macht der Baum? Ach, der verteilt wieder seinen Samen. Macht einen auf dicke Lichthose. Oh, ich glaube schon. Und jetzt weiß man auch, warum dieses Tier so zornig ist. Und warum sie so zornig ist auf diesen verschissenen Baum. Denn gut und böse Leute ist immer nur eine... immer aus der Sicht des Betrachters. Ori hat erfahren, wie sie durch uns das Licht umgekommen sind. Und die ganze Zeit beschützte sie lediglich ihr letztes Kind. Denn das eine Ei, was da noch ist, ist ihr letztes. Der einzige Nachfahre von Kuro. Den, den sie jetzt zu schützen versucht. Gegen uns. Obwohl wir gar nichts getan haben. Und gar nichts tun wollen. Wutz, 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 wutz. Und das Leute, das ist richtig schwer, finde ich. Also wenn man hier nicht weiß, was sie von einem wollen, das ist, finde ich, richtig schwer. 94%. Warum? Weil ich was Geheimes nicht gefunden? Ach bitte Leute, wenn ich jetzt was Geheimes nicht gefunden habe, ne? Aber es sieht alles relativ einfach aus, außer dass da oben so ein bisschen grau ist. Nein, nein, nein. Ich brauche Tal des Windes. Du bist Nebelforst, Tal des Windes, 94%. Okay. Ach da! Oh, da ist noch was grau. Da Leute, seht ihr das? Geil, okay. Also was wir jetzt tun sollen ist, wie ihr seht, wenn wir hier rausgehen, wird ihr aggressiv. Und versucht uns natürlich zu töten. Das heißt, wir müssen laufen! Und immer wieder Schutz suchen, damit sie uns halt eben nicht bekommt. Und da habe ich am Anfang so lange für gebraucht. Ah, zu hoch, Mist. Das Problem ist nämlich, am Anfang wusste ich gar nicht, was die hier von einem wollen. Und da wusste ich auch noch nicht, dass man das Ding hier schießen kann. Also da habe ich am Anfang, ich glaube ich bin hier 18, 20 mal gestorben, locker. Und das ist der Grund, warum wir hier an diesem Ort, dieses Mal sind wir ihren Klauen so gerade noch entkommen. Jetzt ist es klar, warum sie uns jagt. Kuro will nur ihr Kind beschützen. Vergiss aber nicht, Uri, das Element der Wärme muss noch als letztes entzündet werden. Der Sonnstein, den wir suchen, findet sich hoch oben am Trauerpass. Wir müssen auf den Wind reiten, denn er wird uns den Weg weisen. So. Genau, wir müssen jetzt ganz hoch zum Trauerpass. Und das ist eine wirklich coole Passage, die macht Spaß. Aber ich wollte jetzt einmal ganz kurz nochmal hier runter. Heldes Ruin 100%, okay. Weil wir können jetzt nie wieder hier hinter. Also ab hier vorne, wo wir jetzt gerade stehen, ist gesperrt. Da kommt man nie wieder hin. Und das wusste ich nicht. Ich hatte hier unten das Stück noch vergessen und hier rechts das. Also das hier. Das habe ich vergessen. Weißt du? Und dann so, ja, ne, du darfst hier nie wieder rein. What? Okay. Lol. Nice. Ja, aber jetzt haben wir ja alles. Moment mal. Ah ne, da war das, wo der Wind exkaliert ist, wo wir hochgeflogen sind. Okay. Aber jetzt haben wir ja alles. Okay. Ja, ja, na doch, doch, doch. Ich bin glücklich. Und jetzt, wie ihr seht, haben wir eigentlich so gut wie überall diesen Wind hier. Und brauchen nicht mehr großartig klettern. Das ist auch noch ein ganz, ganz großer Vorteil, wie ich finde. Naja. Weil so kommt man hier auch viel, viel schneller wieder raus. Und, äh, ja. Sammeln tun wir, wenn wir noch die allerletzte Fähigkeit haben. Weil dann lohnt sich das erst wirklich. Und zum Trauerpass geht es, glaube ich, ja, hier hoch. Ah ne, dann müssen wir einmal komplett hier außen rum, ne? Ich glaube, dann müssen wir hier hoch, da hoch, da hoch und dann da hin. Doch, doch, ich glaube schon. Ja, stimmt. Nein, warum stirbt die denn? Ist die bescheuert? Tschüss. Ich kann aber nur ein bisschen ballern hier, weil ich es kann. Juhu, yeah. Ah ne, hier war ich schon drückt, ne? Ja. Weil, wenn wir dann die letzte Fähigkeit noch haben, denke ich, dass wir... kurz darauf... hier weg... alles zusammen bekommen, um dann uns auf der Karte alles anzeigen zu lassen. Und, äh, ja, dann ist das... Oh mein Gott! Jetzt konzentriere ich mich nicht sauber. Äh, so, jetzt, wenn ich oben bin, speichere ich erstmal. So, 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 weiter, weiter, weiter. Hier lang. So, wenn ich jetzt hier oben bin... So, speichern. So, und wir müssen jetzt hier nach... Nach hier rechts. Weil jetzt, glaube ich, muss ich... Und... war ich nicht. So, hier hoch. Ups. Ups. So, hier hoch. Nebelforst. Okay. Wir müssen aber jetzt weiter hier hoch. Einmal kurz, speichern. Und dann können wir nämlich einfach hier hochfliegen. Wir brauchen jetzt nicht mehr so eine Scheiße machen, von wegen... Juhu! Auf, auf und davon! Ups. Yeah! Oh, ich muss noch queere links... Tschüss, ihr Trottel! Dich mit mir! Ja, tschüss! Hahaha, Idiot! Ihr könnt mich mal. Ja, du auch! So. Machen wir kurz... Ey, cool! Ja, in der Fenchkanzelle, geil! Einmal hier speichern. Nein, Moment Eimer, spring doch So So, so, so Nein, das wollte ich nicht Wollte das hier machen So, hier geht es Nicht rein, okay Und hier oben müssen wir uns jetzt ziemlich gut umschauen Denn Hier Meine Fresse, lass mich doch mal in Ruhe So Ach genau, das war das hier Ja, hier muss ich gar nicht hin Okay Hier geht es nur, ja, das zeige ich euch noch nicht Wäre langweilig Aber hier kann ich runter Äh, hier war, genau Du musst einmal durch, bitte Schieß bitte noch einmal Danke Ich brauche bitte noch einen Schuss Komm mal, please, hier hin Oh Gott War das meine beste Idee? Ich glaube, ich hoffe nicht Okay, da kommen wir noch nicht rein Moment Kommen wir wohl Mist Ah, wieder zu tief Moment Ja Ha Offen Da komme ich zwar trotzdem nicht hoch, aber ist egal Offen ist offen Ha Gesehen Eigentlich gewusst Gewusst wie So Noch einmal speichern Wenn sie swingt, dann macht sie keine Attacken Deswegen mache ich dieses swing, swing So Und hier links kann ich jetzt rein und mir die Fähigkeitenzelle holen Noite Moment, dann mache ich mal ganz kurz auf und hole mir mal hier den Dreifachsprung Weil jetzt können wir eins, zwei Und das ist ziemlich cool Auch wenn ich es eigentlich die ganze Zeit vergesse, dass ich sie überhaupt habe Aber das können wir jetzt Ähm Okay, jetzt kann ich Hier lang Äh, was war hier? Ne, ich muss nochmal da oben lang Sehe ich gerade Also hier höher Wow Ich Idiot Habe ich fast den Knopf gedrückt Äh Bluh, bluh, bluh Okay, hier habe ich gespeichert Sehr gut Ach, hier hat mir den Dreifachsprung geholt Hui Wutz Wutz So, und Ach ja genau, das war das Ding Moment Ist hier noch was? Man haut hier so einen schnell ab Ne Wo sie sind Was ist das denn? Ja, das ist das Ding Yay, neue Energiezelle Geil Ich habe fünf Die Tür dürfte aufgehen Geht's hier noch hoch? Leif Ach soo Ist hier noch was? Ne, okay Ja, ihr wisst, wofür es gut ist Ähm Ja Moment Ne, doch So, jetzt kann ich nämlich das hier machen Dann ist das auf jeden Fall dicht Junge Ja, klar Triff mich nochmal Warum denn nicht? Okay, scheiß aber nicht so, als wenn ihr noch was gibt So, haben wir das auch geklärt Jetzt können wir hier einfach umlaufen Und Das hier machen War hier noch was auf dem Weg dazwischen? Ich gucke nochmal ganz kurz Ja, hier ist noch Ist hier sonst noch was? Ja No, nein, alter Das habe ich die ganze Zeit nicht gespeichert, ne? Ja, war ja klar Das ist nämlich das Problem, wenn man nicht speichert Okay, jetzt gleich hier nach der Passage speichere ich erst mal So, wenn ich die Energiezelle geholt habe Hier jetzt Hier speichere ich Genau hier Ups Komm mal auf Jetzt kommt schon Jetzt ist er hat er sich hinter mich gedreht Ja, damit hätte ich aber auch rechnen können, wenn ich ganz ehrlich bin Moment mal, wie viel, wie lange nehmen wir jetzt schon gar schon auf? Ja Wir sind schon wieder über die Zeit Wie immer Serious Ey, was mach ich denn? In die Richtung sollst du, Player Please So So Easy going Hier So Speichern Ja, hier darf ich nicht, weil hier ist spannend Okay, mal hier Und Ey, das ist Das ist doch nicht euer Scheißernst, ey Dann mach ich das hier so easy Und dann passen mir so Flüchtigkeitsfehler Äh, lol Dann gehst du halt mit Ähm Mir egal Einer von euch beiden entscheidet sich jetzt Nein Du sollst da rin, Mann Haben die einfach mal die Plätze getauscht, ich glaub's nicht Warum hat denn der jetzt losgelassen? So So, kann ich jetzt hier speichern? Hier Hier Nicht Moment So Hier Oh, geht doch endlich, ey Ah ne, ich brauche dich, ne Ah ne, ich brauche dich, ne Das habe ich Einmal ganz gut speichern Einmal hier hoch Oh, Kartenfragmenten Ich hab kein Karten Mist Wo ist denn das? War das nicht War das nicht irgendwo hier? Bin mir sicher, es war hier irgendwo Er ist jetzt wieder da, ne Ne, okay War das nicht irgendwo? Jaja, klar War das nicht hier oder so? Ne Ne, hier war es auch nicht Okay Gut, dann mach ich aber hier erstmal einen Break Und wir sehen uns in der nächsten Folge von How I Met Your Mother Äh, ne natürlich Ori and the Blind Forest Also haut rein Danke fürs Zuschauen Und Tschüss Tschüss